Jetzt wieder zurück zum Kanada Grand Prix und wir haben schon gesagt, der Ferrari war ganz ordentlich und er hat gegen den Aston Martin ganz gut ausgesehen im letzten Stint. Dann kommt aber jetzt wieder ein großes Aber, denn Fernando Alonso hatte ja mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen auf dem letzten Stint. Man hat es gehört, er wurde dazu angehalten, viel Lift & Coast zu betreiben. Er selbst wusste gar nicht wieso, er wusste auch nach dem Rennen nicht. Eine Stunde danach hat die Pressekonferenz stattgefunden und er wusste es immer noch nicht. Mike Krack, der Teamchef, hat uns aufgeklärt, bei Aston Martin hatte man ein bisschen Angst, dass das Benzinsystem nicht richtig funktioniert und hatte deswegen Angst, dass das Benzin ausgeht, möglicherweise nicht mehr genügend Benzin im Tank ist für den Test. Also um diese Probe zu entnehmen, hat man ja ein bisschen Erfahrung gemacht bei Aston Martin, mit Sebastian Vettel leider in Ungarn einst. Das war nicht der Fall, also alles okay gewesen, trotzdem hat das ganze Zeit gekostet, ungefähr ein bis zwei Zehntel Sekunden pro Runde. Dazu hat Fernando Alonso in diesem letzten Stint auch noch einen kleinen Fehler gemacht, hat auch noch mal anderthalb Sekunden ungefähr gekostet. Also deswegen, wenn wir sagen, der Aston Martin war genauso schnell im letzten Rennstint wie der Ferrari, ist das auch ein bisschen geschönt, zumindest aus Ferrari Perspektive. Aber es ist schon mal trotzdem ein Riesenschritt im Vergleich zu den letzten Rennen. Fernando Alonso also mit knapp zehn Sekunden Rückstand auf Position zwei, aber er hat richtig Blut gelegt. Man hat es gehört am Funk, er hat sich nicht dafür interessiert, der Zweiter oder Dritter zu werden, er hat auf den Sieg geschielt. Ohne die Probleme wäre er vielleicht auch noch ein bisschen näher rangekommen, insgesamt aber trotzdem noch ein Stückchen weit weg. Aber zum ersten Mal in dieser Saison hatte er zumindest Max Verstappen oftmals noch im Sichtfeld, er hat gesehen, okay, Updates, die funktionieren so, wie sie funktionieren sollten. Reifen, die hätten ja noch einen Unterschied ausmachen können, vielleicht am Rennenende, da wollte er auf jeden Fall dran sein. Also der hatte das so ein bisschen im Gespür, dass da was geht. Am Ende ging nichts, aber er war am Ende trotzdem wirklich froh über den zweiten Platz, nicht so sehr wie über den Rückstand, glaube ich zumindest. Aber Red Bull hatte wie gesagt auch nicht den allerbesten Tag und Aston Martin, Fernando Alonso hatten noch einen sehr spannenden Zweikampf, auch mit Mercedes, die waren wieder bei der Musik. Lewis Hamilton ist am Start sogar vorbeigegangen an Fernando Alonso. Beim Boxenstopp wurde es dann richtig brenzlig, Safety Car kam ja raus, dann sind alle in die Box und Mercedes war ein bisschen langsamer als Aston Martin beim Reifenwechsel. Und dann ist Lewis Hamilton wirklich ganz, ganz knapp nur vor Fernando Alonso rausgekommen. Alonso hat sich beschwert am Funk, hat da mit dem Lenkrad ein bisschen rumgerissen, hat gemeint, er musste bremsen, unsafe release. Das hätte natürlich bedeutet, dass es eine Strafe für Lewis Hamilton gibt. Die Stewards haben sich die Szene angeschaut, haben aber gesagt, nein, keine Strafe. Fernando Alonso hat da womöglich ein bisschen übertrieben, ein bisschen übertrieben reagiert im Cockpit. Ganz so schlimm, wie es erstmal aussah, war das tatsächlich nicht. Das haben auch die Stewards so gesehen. Er musste vielleicht mal ganz kurz vom Gas, aber es war jetzt nicht so, dass wirklich eine sehr, sehr gefährliche Situation da zustande gekommen wäre. Am Ende hat Alonso diese Strafe für Hamilton auch nicht gebraucht. Er ist auf der Strecke vorbeigegangen. So haben wir es ohnehin alle lieber. Aber Lewis Hamilton ist dann am Ende, als bei Alonso die Probleme auftraten, wieder ein bisschen zurückgekommen. Also der Mercedes hat richtig gut funktioniert und das war eine sehr positive Überraschung. Man wusste ja, okay, das Paket, das man in Barcelona gebracht hat, das hat schon ordentlich funktioniert. Es gab aber noch große Fragezeichen. Barcelona war letztes Jahr für Mercedes eine sehr, sehr gute Strecke. War das jetzt auf das Paket zurückzuführen oder auf die Strecke? In Montreal hatte man sich deutlich weniger ausgerechnet. Streckencharakteristik passt eigentlich überhaupt nicht zu dem Auto, aber man war einigermaßen bei der Musik. Lewis Hamilton hat nach dem Rennen moniert, dass das Heck immer noch viel, viel schlechter ist als jenes von Red Bull Racing und von Max Verstappen. Er ist ja ein bisschen hinter ihm hergefahren. Beim Rausbeschleunigen aus den langsamen Ecken hat er gemeint, da klebt der Red Bull, da hat der Mercedes noch größere Probleme. Aber bei Mercedes ist man happy und man rechnet sich jetzt für die nächsten Rennen doch einiges aus, weil die Streckencharakteristiken dann wieder zum F1 W14 passen sollten. Bei Mercedes ist man happy, zumindest auf Teamseite und zumindest bei Lewis Hamilton. George Russell hingegen, der hat den schwierigen Tag. Der hat einen Fahrfehler begangen, sieht man von ihm auch nicht allzu häufig. In der Schikane Kurve 8, Kurve 9 hat er genau den Sausage Curve mitgenommen, den Max Verstappen mitgenommen hat. Er hat aber versucht, das Ganze noch ein bisschen mit weniger Zeitverlust zu retten, ist dann eingeschlagen. Es war irgendwie ein Wunder, dass der Mercedes da überhaupt noch weiterfahren konnte. Er musste zwar leicht repariert werden, neue Nase ran, Reifen sowieso dann gewechselt, die waren komplett Schrott. Er konnte weiterfahren, das war irgendwie ein Wunder. Die Pace war sogar auch noch ganz okay, war dann natürlich im Verkehr festgesteckt und so weiter. Dann am Ende musste er aber aufgeben. Grund dafür war, dass das Bremssystem überhitzt ist. Höchstwahrscheinlich eine Folge des Unfalls. So viel an dieser Stelle mal zum Mercedes. Das war ein Ausschnitt aus einem unserer längeren Talk-Videos, wo wir mehrere spannenden Themen aus der Welt der Formel 1 und des Motorsport diskutiert haben. Und ihr könnt noch mehr davon haben, denn die anderen Themen gibt es auf unserem Hauptkanal Motorsport Magazin oder auf unserem MSM Talk-Kanal. Abonniert beide Kanäle, abonniert diesen Clips-Kanal und verpasst nie mehr etwas. Glocke aktivieren und viel Spaß dabei.